We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they saw, see... Es ist der Season 9 und ich denke mal niemand von euch spielt noch Standardsteuerung. Auf jeden Fall habe ich mir mal gedacht, ich werde als Challenge mal wieder mit der Standardsteuerung spielen. Also ich glaube, als ich Fortnite anfangs gespielt habe, das war Season 2, Season 3, da habe ich so zwei Wochen Standardsteuerung gespielt und dann kam Pro und dann kam irgendwann Baumeister Pro. Also hier Oldschool, nächste Waffe, Dreieck, okay, Waffen wechselt man mit Dreieck, Spitzsacke holt man mit Dreieck gedrückt halten raus. Oh Gott, okay komm, ich gehe direkt in die Runde. Alter, das wird ja so schwer. Achso, noch ganz kurz bevor das Video beginnt, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es machen würdet, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und rechts daneben könnt ihr dann auch noch die Glocke aktivieren. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, geht einfach in den Fortnite-Shop, dann könnt ihr rechts unten bei Unterstützer ein Creator meinen Creator-Code eintragen, arianfn. Also einfach, wenn ihr das nächste Mal Fortnite spielt, kostet nichts und geht mega schnell. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie man Karte raus... Ah, wieso? Alter, ist ja alles komplett anders. Mal gucken, ob ich überhaupt einen Kill schaffen kann. Ey, wie holt man... Achso, Dreieck gedrückt halt. Ha! Easy. Ey! Ich wusste nicht, wie man Waffen wechselt. Warte, bauen. Ganz mal Kreis. Okay. Ey, das ist so schlimm, mit Spitzack rauszuholen. Dreieck gedrückt halten. Komm, hol dir die Kiste. Komm. Alter, mein Eben. Hä, nein, wie baut man... Achso. Da oben ist auch einer. Ja, boah, was soll ich machen? Alter, ich check da einfach nichts. So, ich bin jetzt auch nochmal kurz im Kreativmodus, weil ich will mal schauen, ob ich 90s schaffe. Okay, also erst muss ich... Boah, ich check das gar nicht so. Treppen, dann zweimal dreidrücken. So. So, so. Okay, komm. So. Halt! Oh, das war schon mal... Nee, also unmöglich, Alter. Unmöglich. Okay. Ich wollte mich trappen. Ich wollte mich trappen. Ich wollte mich trappen. Junge, was macht der? Hä? Muss ich das verstehen? Oh, da ist ein Pump. Ja, oben ist jemand. Das war schon. Achso und an jeden der noch die Standardsteuerung spielt Also Oldschool Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare Würde mich auf jeden Fall mal interessieren Ob das überhaupt noch jemand spielt Also ich kann mir nicht vorstellen Dass in Season 9 noch jemand die Oldschoolsteuerung spielt Ah da sind welche CrazyGamer899 Ah da vorne ist jemand Tanze Alter die Snipe setzen Oh Das neigt mich einfach Was war das gerade Eigentlich hätte ich die zwei Biggies trinken Ach komm Scheiß drauf Oh da ist noch ein Chuck Chuck Ja komm Alter Ist ja nicht wirklich oder? Junge Ich trink den Chuck Chuck auf jeden Fall noch Ich habe eh noch ein Lagerfeuer Ich habe es 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 noch ein Lagerfeuer Ich wusste es. Ich muss mal hoffen, dass die Zone bei mir oben ist. Nein! Ich gehe da am besten schon mal hin. Oh. Der eine ist über mir, der andere ist unten. Nein! Nein! Was macht er denn? Nein! 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 Tja! Bis zum nächsten Mal. Tschau!